Ja, das wird ein etwas anderes Video. Ich hatte das live gemacht, aber ich habe das wieder runtergenommen, weil ich musste das einfach abbrechen, weil ich also was nicht in Worte fassen kann, trotzdem muss das einfach gesagt werden und ich werde da auch nicht den Namen nennen, von dem das gekommen ist, aber ich möchte euch trotzdem folgendes zeigen. Als ich den Livestream beendet habe, gibt es immer von Restream so ein kleines Review und das wollte ich mir, das kriegt man per E-Mail zugeschickt und das gucke ich mir dann immer an und habe dann auch gesehen, dass ich eine neue E-Mail erhalten habe mit einer Zahlung von PayPal und ihr wisst, das ist normalerweise dann die Adresse, an die ihr spenden könnt, wo wir dann ein Gutes damit tun oder wenn ihr nichts da reinschreibt, dann ist das vielleicht manchmal für mich. Und dann bin ich reingegangen und habe gesagt, hey, korrekt, da hat jemand 10, 100, nein, das war noch eine Null mehr, jemand hat, richtig, 1000, 1000 Euro gespendet mit der Nachricht dabei für den Mann mit Charakter. Und Danke. Ich weiß, ich weiß nicht, mir fehlen vollkommen die Worte, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer einfach nur extremen Dank an denjenigen und auch an euch alle, die ihr, wie ihr mich unterstützt. Von Anfang an, als ich diesen Kanal angefangen habe, war es immer das Ziel, irgendwie etwas zu erreichen, Leute zu erreichen, ein Gutes zu tun. Und wir haben schon sehr, sehr viel Gutes getan. Und mit diesem Geld, das werde ich nicht für mich behalten, nicht komplett für mich behalten, werden wir auch weiterhin Gutes tun. Darüber wird es ein Extra-Video geben. Und ja. Wenn man sich nicht verkauft, hat man auch vielleicht Menschen, die das zu schätzen wissen. Und so interpretiere ich diese Spende. Und kann einfach nur vom tiefsten Herzen wirklich Danke sagen an denjenigen und danke an euch alle, dass ihr jeden Tag hier seid und euch mein Scheißgelaber anhört. und euch mit mir freut, wenn mal so etwas passiert oder wir alle zusammen einen guten Trade erwischen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start in dieses Wochenende. Nur das Beste. Und wir werden zusammen noch viel erreichen und gutes Geld verdienen. Und einfach nur Danke. Danke für alles. Danke. Danke. Vielen Dank.